Musik Mein Name ist Rupert Leissenbacher. Ich bewirtschafte mit meiner Familie und meinen drei Kindern den Lengfeldner Hof. Der Lengfeldner Hof ist ein Bio-Betrieb, umfasst 90 Hektar Ackerfläche und haben nebenbei noch Ochsenmast und Mutterkuhhaltung. Wie man sieht, haben wir ein sehr großes Hofareal mit einer geteerten Fläche von ca. 2000 Quadratmetern. Deswegen haben wir uns auch diese Maschine angeschafft, die BEMA 25, und ist für uns natürlich nicht mehr wegzudenken. Musik Bei den Hofarbeiten verliert man Schmutz und Dreck und früher haben wir das mit dem Besen zusammengekehrt. Seit wir dieses Gerät haben, ist das für uns eine große Erleichterung. Das geht jetzt maschinell und eine sehr saubere Arbeit. Musik Das Trägerfahrzeug ist ein Hofdruck Weidemann 2080 Teleskop. Die BEMA wird mit einem Multikuppler angekuppelt, sehr einfach. Das sind zwei Handgriffe und das Gerät ist angeschlossen, auch unter Arbeitstruck. Musik Die BEMA ist voll ausgestattet bei uns. Sie hat eine Auffangwanne, eine hydraulische, was für mich wichtig ist. Wenn die Wanne voll ist, wird sie einfach entweder aufs Feld gekippt oder auf den Misthaufen und du kannst sofort wieder weiterarbeiten, ohne dass du vom Gerät runtersteigen musst. Musik Wir haben große Gebäude, lange Ecken und Kanten. Dadurch haben wir auch die Seitenbürste von der BEMA drauf. Sie arbeitet wirklich in jede Kante, jede Ecke rein. Das funktioniert sehr gut, wo man früher mit der Hand nachhelfen musste. Musik Wichtig ist für uns das Handling. Kurze Anbauzeiten, kurze Abbauzeiten, wenig Verschleiß. Das Gerät muss funktionieren. Das ist für mich wichtig. Und das tut es. Wird wirklich hervorragend, sauber. Und das Gerät ist völlig verschleißfrei. Es gibt natürlich auch andere Fabrikate. Aber das Preis-Leistungsverhältnis bei der BEMA war für mich das Entscheidende. Und aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses war im BEMA für mich die erste Wahl. Musik Und das ist für mich. Das ist für mich. Und das ist für mich. Und da ist das hier. Und da ist für mich. Das ist für mich.